So, und jetzt werden wir nach eben noch vier Runden setzen wollen. Noch vier Runden! Das war nämlich derjenige, der noch die besten Sprecher hat. Wer übernimmt? Wer übernimmt die Wahl, Leute? 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 Wer übernimmt die Wahl? Wer übernimmt die Wahl? Jetzt kommt der Wahl auf der Erdangel! Jetzt kommt der Erdangel für ihre Zuschauer! Jetzt aber ich! Jetzt würde ich die mal vor, der kann nicht nur mitgehen! Auf das! Auf das! Auf dem Ganzen! Noch zwei Punkte! Noch zwei Punkte! Wer kann nicht mitkommen? Ist das schon der erste Platz für den Moniz? Oder kommt in die Vorfolge nochmal? Wer macht den zweiten Platz aus? Noch mal! Noch mal! Noch mal! Alle Gäste der Letzte! Und die Letzte haben wir jetzt! Ah, kommt in die Stimme an und kommt in die Tempo rein! So, und jetzt haben wir gleich den neuen Deutschen Meister, den Vizemeister und den dritten Platz hier! Und wir schauen uns! Mögen Sie, meine Damen und Herren! Mögen Sie, meine Damen und Herren! Mögen Sie, meine Damen und Herren!